Anleihen aus den Emerging Markets haben in diesem Jahr eine bemerkenswerte Performance hingelegt. Wir liegen bei fast 11% plus in Euro gerechnet und im Dollar sind es sogar über 12. Es stellt sich die Frage, warum haben wir diese sehr gute Performance. Es liegt aus meiner Sicht daran, dass die Notenbanken durchaus expansiver sind als am Ende des letzten Jahres. Da hatte die FED angekündigt, doch sehr viel mehr Zinssteigerungen durchführen zu wollen, als im Moment diskutiert wird. Die Europäische Zentralbank wollte nichts mehr machen, Mario Draghi hat aber dann im September die Zinsen ja sogar nochmal gesenkt. Also insofern sehr viel mehr Vorsicht bei den großen Notenbanken und auch von hier aus würden ja eher drei von vier großen Notenbanken, nämlich Großbritannien, Europa und Japan, die Zinsen eher noch weiter senken bzw. die Geldpolitik noch expansiver gestalten. Damit sind in den Industrieländern mittlerweile ein Drittel aller Staatsanleihen im negativen Bereich, ein Volumen von über 10 Billionen Euro. Das ist der eine Grund, warum eben Leute auf der Suche nach Rendite in Investoren in diese Emerging Markets hineindrücken. Der andere ist, dass man diversifiziert, dass man versucht, irgendwo noch Rendite zu bekommen mit einem kalkulierten oder einem kalkulierbaren Risiko. Die laufenden Renditen liegen so bei 5 oder 6 Prozent im Moment, je nachdem, ob man in die Lokalwährung geht oder in die Hartwährungen. Wir glauben, dass es auch im zweiten Halbjahr noch immer eine gute Investition ist, in Emerging Markets zu investieren, gerade mit Dollar-Bonds. Wie gesagt, die Verzinsung liegt bei etwa 5 Prozent. Auch wenn die FED die Zinsen möglicherweise noch einmal in diesem Jahr anheben wird, sollte das eher auf die Währungen der Entwicklungsländer und Schwellenländer wirken. Dort wäre man aber über den Dollar geschützt. Das lange Ende sehen wir eher etwas schwächer, also die Zinsen sogar noch zurückkommen in Amerika, in Europa auf dem niedrigen Stand bleiben. Und insofern wäre das also keine Gefahrenquelle hier für diese Emerging Markets Anleihen. Wer nochmal das entsprechende Risikoprofil aufweist, wir haben hier auch viele Anleihen dabei, die nicht mehr im Investment Grade sind, also sozusagen mit schlechterer Bonität behaftet, der sollte sich trotzdem für diesen Bereich interessieren. Wir haben im ersten Halbjahr sehr viele Emissionen gesehen, gerade auch aus Argentinien. Das sollte etwas nachlassen im zweiten Halbjahr, damit weniger Angebot stößt auf nach wie vor große Nachfrage. Und damit rechnen wir, dass auch im zweiten Halbjahr Emerging Market Bonds, insbesondere in Hard Currencies und da insbesondere wieder im US-Dollar, sehr gut performen werden.